Hallihallo Leute, willkommen zu einem neuen Minecraft Quick Tutorial, in dem ich euch heute eine Flugmaschine vorstellen möchte, welche mit den neuen Observer Blöcken der 1.11 funktioniert. Wie ihr seht ist das Design super kompakt gehalten und es ist noch einfacher diese Flugmaschine zu benutzen. Los geht's, indem wir uns einfach hier vorne in das Minecraft reinsetzen, dann den Redstone Block entfernen und wie ihr seht fliegen wir hier jetzt schon los und können somit ganz einfach große Distanzen im AFK Modus zurücklegen. Sind wir bei unserem Ziel angekommen, nehmen wir einfach wieder den Redstone Block, zielen hier vorne auf den Pisten und sobald dieser platziert ist, bleibt die Flugmaschine stehen. Das Design zu dieser Flugmaschine stammte von FitMC und der Link zu ihm ist unten in der Videobeschreibung. Im nun folgenden Tutorial möchte ich euch kurz erklären, wie man diese Flugmaschine baut und alle Materialien, die ihr dafür benötigt, findet ihr unten, hier einmal in meiner Hotbar. Los geht's, indem wir uns zuallererst einmal einen Pisten nehmen, dieser zeigt mit der Front in die Richtung, in die wir auffliegen wollen. Danach nehmen wir uns einen Slime Block, setzen diesen vor den Pisten, nun gehen wir auf die Rückseite, setzen hier einen Sticky Pisten in die genau andere Richtung und dann nehmen wir uns einen Slime Block, sodass wir diese 2x2 große Grundplattformen haben. Nun sind wir wieder auf der Startposition und setzen hier gegenüber des normalen Pistons einmal einen Observer hin, sodass die Plattform in 2 geteilt wird. Nun bauen wir einmal die Plattform, auf der wir nachher sitzen werden, dazu tun wir 2 solide Blöcke hier vorne hin, nehmen uns eine Schiene mit einem Minecart entfernen, die Schiene ganz vorsichtig hier drunter wieder und im Grunde genommen ist die Flugmaschine jetzt fertig. Mit dem Setzen des nächsten Observers wird die Flugmaschine automatisch anfangen zu fliegen, deshalb macht euch darauf gefasst. Wir setzen jetzt diesen Observer hier hin und ihr seht, die Flugmaschine fliegt automatisch los. Um diese wieder zu stoppen, müsst ihr wie ihr vorhin schon gesehen habt, hier drauf jetzt einfach einen Redstone Block auf diesen Pisten platzieren und die Flugmaschine bleibt stehen. Im Grunde genommen seid ihr jetzt fertig und wenn ihr losfliegen wollt, entfernt einfach wieder den Redstone Block und los geht der wilde Flug. Wenn euch das ganze gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Ansonsten findet ihr unten in der Videobeschreibung nochmal eine Playlist mit vielen weiteren Interessant Tutorials und ansonsten wünsche ich euch an dieser Stelle jetzt nur noch viel Spaß beim Nachbauen.